Hallo ASI Pilots around the world, hier ist euer Flyfreak und heute sind wir hier in Meiringen, wo wir heute dieses Jahr das 10. Jet World Masters haben, hier in der Schweiz, in Meiringen. Ein wunderbares Wetter, die Kulisse ist einfach der Hammer und wir werden heute die besten Piloten aus der ganzen Welt sehen, Thailand, USA, Deutschland, Schweiz, Österreich und guckt euch die Videos an. Check it out Peepers und habt Spaß. Oh my god. Das war's für heute. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.